jetzt klatsch auf die knöpfe um die toren zu schließen ich habe erst ein paar küsten doch warum weil ich leben brauche ich habe super maske sogar keine coole akkumusik werde ich gerade fest aber leben ziemlich haben die will ich habe gibt es ja nicht noch kristalle es fehlen noch zwei kristalle ja ich mache das kisten einsammeln das gibt ja auch leben weiß gerade nicht ob es hier ein ding es gibt euch kann ich einfach kaputt hauen da hinten ist noch eine akkuküste ist vielleicht nicht clever dass ich die jetzt alle gerade benutze okay da darf ich also erst hoch wenn das hier erledigt ist anscheinend gucke ich trotzdem gerne hier um weil ich angst habe dass hier vielleicht irgendwo noch ein stein ist die ich verpasse du hast momentan nicht danach aus also ich wollte hier hallo hallo wie oft denn noch da geht's noch danke eine schwere geburt gerade okay ein noch wo sind die zeit aktiviert sieht nicht so aus was war da in die cutscene okay einmal noch beim nächsten mal schneide ich so raus jetzt kann ich mir die ganzen kisten einsammeln das ist auch cool ein energiekristall ja es sehe ich na gut so lange ist die katze ist ja auch nicht immer noch gerade so gebacken aber allein der ganzen leben zuliebe hört sich ja schön an muss ich doch die kisten einsam wollen ja ja nur noch sieben leben ich denke mal dass die leben kisten an sich sich nicht wieder spornen also die hatten wir vor und auch hier bei drei leben muss ich glaube die sind nicht wieder da stimmt nicht in form von leben das sind fragezeit drei fragezeiten dieser will ich noch mal eben ein weil die stimmung dazu sagen da habe ich mein leben wieder raus dass ich gerade verloren habe alles mitnehmen haben was das check von kristin edit wie nun ein mann erledigt hallo auch erledigt was war da denn ok jetzt ok ja der kristall gehört mir ok bleibt zurück du schwachkopf guck weg oder du bekommst einen kristall knall den jagen ach jetzt habe ich akku also wir können jetzt hier schleudern wir können glaube ich das ist in erinnerung cortex auch werfen da ist ein checkpoint da hinten geht es anscheinend weiter ich will jetzt mal den checkpoint haben darf ich den nicht haben kann ich doch auch schmeißen oder nicht ich dachte ich könnte cortex auch schmeißen da waren das säugetier ich dachte ich könnte noch weg ich will den checkpoint haben darf den nicht nehmen ich weiß zwar gerade nicht wie ich ihn geschmissen habe aber wir kriegen das gleich noch wieder raus müssen wir gucken irgendwo müssen wir nämlich seine hilfe in anspruch nehmen da kann der nämlich für uns glaube ich schalter betätigen die irgendwo weiter entfernt sind ach so ich hatte ach so ja ich muss ja den fahrstuhl jetzt nutzt wahrscheinlich auf also wie das schön und wie viel er zwei edelsteine auf zwei edelsteine da hinten ist einer und sie hat mich rüber vertraut mir wir sind doch kumpel natürlich natürlich ihr vertrauen ja ich tasse und dann kreis ok x und dann kreis kreis er schreit erstmal wie am spieß und dann geht er ganz normal weiter ja kommst du vielleicht mit ach korex du bist aber auch ein hampel jetzt habe ich es da bleiben können aber die idee ist wieder mal cool also die haben sich ja schon was einfallen lassen das ist kein schlechtes spiel ich betone es immer gerne wieder das da hinten das sind ratten kann ich dich da verprügeln lassen oder so was bringt das weg und jetzt ja ich habe konnte jetzt die ratten umbringen lassen aber das hat nicht wirklich was gebracht oder das habe ich nicht verstanden was ist das was ist das was ist das oh oh fuck huh ok uah uah So, habe ich jetzt den Edelstein verpasst oder nicht? Warte mal, ich will mal gucken. Nicht, dass er da irgendwo rumliegt da unten. Weil den will ich natürlich haben. Der, der da auf der Plattform. Ich muss gucken, wo der Edelstein... Ich habe doch eben noch einen Edelstein gesehen, das weiß ich. Wir wissen, wo der ist. Warte, 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 warte. Wo ist der Edelstein, den ich gesehen habe? Nein, ich will nicht in die Hülle rein. Nein, 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 nein. Das geht nicht. Ihr habt da unten irgendwas verpasst. Oder kann ich dich da rausschmeißen? Kann ich nicht. Warte. Da ist ein Schalter. Oder ist das der, den ich da vorhin verlegt habe? Dadurch bin ich tot? Äh, Leute. Ich kann da rechts rüber, sehe ich gerade. Ach, ich kann auch ohne Cortex. Wirst du wieder aufstehen, Flash? Das reicht nicht. Scheiße. Wie machen wir das denn? Ähm, ja, ich will dich eigentlich gar nicht mitnehmen, bitte. Darüber. Da ist doch der Edelstein. Wie mache ich das denn? Moment mal. Muss ich dich da rüber schmeißen, oder wie? Geht das? Scheint ihr das so nicht? Ich kann ja nicht einfach gleich hinspringen, oder? Oh, Mann. Komm mal her. Weiß ich nochmal nach da. So, da kann er die Mäuse platt machen. Auch wenn ich nicht weiß, was das jetzt bringen soll. Ich denke mal, ich kann ihn auch nach links schmeißen, ob er da auch ein paar Mäuse platt macht. Ja, Hirnmusik. Da stehst du gut. Mach die platt. Und jetzt? Haha! Er hat ihn mitgenommen. Vortex, kommst du mit? Okay, das hat geklappt. Jetzt habe ich leider keinen Akku mehr. Ein Stein fehlt noch. Vielleicht kriegen wir den ja noch. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter! Wieso? Was machst du denn? Wieso? Ich habe was... Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe doch nichts gemacht. Hauptsache durch. Kein egal. Hauptsache durch. Da war ein Checkpoint, bin ich der Meinung. Doch nicht. Ach, jetzt kloppen sie wieder, oder was? Ja. Okay, wahrscheinlich gibt es hier noch einen Edelstein zu finden. Nee, müssen wir jetzt noch... Oh, danke! Mein Leben. Danke, danke. So. Boah. Upsalat. Wie lang? Okay. Die will ich auch haben. Ich finde, wir haben noch ein paar Äpfel. Wumperfrüchte-Gedöns. Ja, genau. Können wir dich noch mitnehmen? Bis dann noch. Bis dann noch. Komm, bisschen. Schwung holen. Das schon. Okay. Da hast du ein Leben. Brauchen wir jetzt auch dringend, ey. So, ich möchte den Edelstein nicht verpassen. Da kommt ein Stück noch einer. Oh Gott. Okay, rüber. Nicht runterfallen, weil runter ist, glaube ich, der Tod. Oh Gott. Okay. Angekommen sind wir irgendwie. Da geht es weiter. Ich muss gucken. Okay, es geht anscheinend ganz normal weiter. Nicht, dass ich was verpasse. Okay. Können ich damit auch kaputt hauen? Ach so, genau. Die können auch mit seiner Birne ein bisschen platt hauen alles hier. Aber das ist aktiviert. Nein, hör. Ich hab dich weggeschmissen. Das wollte ich nicht, Cortex. Beleid. Guck mal. Voll nett von dir. Also nochmal. Dich aktivieren. Dich aktivieren. Und dann... Mach den grünen da kaputt. Komm. Berühr das grüne Ding. Och, Cortex. Du stehst doch genau daneben. Du bist doch ein Hammel. Nochmal. Gelb. Rot. Und jetzt. Komm, hau gegen. Willst du mich verkagern? Okay. Danke. Habt's doch irgendwie hinbekommen. Kommst du eh wahrscheinlich wieder rüber, ne? Dann versuche ich's mal eben, obwohl das wahrscheinlich nichts bringt, aber einmal darüber schmeißen. Hat das Sinn? Nö. Keinen Sinn. Okay. Wir sind auch fast mit dem Part am Ende. Vielleicht kriegen wir das Level irgendwie noch... ...ge-ge-beendet, ja? Ich hätte ganz gerne auch den letzten fehlenden Edelstein. Ich hab irgendwie so die Ahnung, dass er noch kommen könnte. Ich glaub nicht, dass wir den verpasst haben, oder? Wäre es schade. Ich wüsste jetzt nicht, wo. Okay, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Schön. Oh Gott. Deine Fallen, Hemi. Ach, das sehe ich jetzt erst. Zeitdruck. Ich hatte Zeitdruck. Ich muss den mitnehmen, ja. Kommst du, scheiße. Den kommt da. Oh Gott, was für eine Wahl wieder hier. Und ich hab nicht mehr so viele Leben, das ist das Schlimme. Okay, beeilen, beeilen, beeilen. So, also wir müssen immer schön die Dinger hier berühren. Den gelben und den grünen. Dann, genau. Dann rutscht das immer wieder wieder runter, weil die Felsen da runterfallen oder so. Ja, hoch bitte. Nein! Ach, verdammt. Oh, oh, oh. Das kann ja noch was werden. Das kann ja noch was werden. Nein, ich lass nicht los. Ich brauch dich ja. Oh. Gehen bitte. Mal. Also den roten, gelben und den grünen. Dann noch roten, gelben, da hoch und den grünen. Den roten, gelben. Da ist ja das Ding. Oh, war das knapp. Wie schnell muss ich denn da sein? Anscheinend schneller. Gut, also komm. Okay, schneller, 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 schneller. Ho, 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 ho. Ich muss nicht beeilen, ich muss mich beeilen. Hüpfen. Nein, ich hab den vergessen. Okay, ich weiß gleich so wichtig, oder? Aha! Wieso ging das jetzt da trotzdem, obwohl ich den roten gar nicht berührt hatte? Ich bin gleich tot. Scheiße. Aber wir sind eigentlich schon am Ende des Parts. ich muss das mal eben schaffen dann ist sie nicht die kann jetzt hier nicht den bad beendet dazu nerven aufgelöst und dann für den roten stellen gelben oder kommt nur den den stein einsam hier alles aber ich war schnell genug unterwegs diesmal glaube ich daran hat es glaube ich nicht gelegen hohoho beeilung 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 ich stehe zwar den ganzen sinn nicht von diese level so wirklich aber das ist schon man wieso fällt schon einmal runter ich das verstehe ich teilweise nicht warum der so komisch darunter lenkt also ich mache das eigentlich nicht also ich lenke jetzt nicht gezielt nach unten falls ihr das denkt wäre auch wie schwachsinn mal das ganze hier hoch bitte gelb alles wo man nicht grün rot gelb jetzt kommt er wieder man das ist hier so ärgerlich ja ich kann ja was soll ich denn tun das ist manchmal so ein bisschen pixel arbeit hier ein leben kriegen wir vielleicht noch zusammen mit den apples sind weiß nicht ob wir ein 0 das leben haben wir gesehen oder ob wir gleich dort sind wie sie springst du denn ich da hoch aber ohne scheiß jetzt okay das wir haben noch eins okay wir haben noch ein leben wo ich das jetzt her ist früher als durch die äpfel gleich ich weiß es gar nicht wie das eine leben noch her geht dann okay wie gut so gelb und hier hoch so rot gelb hier ja Nein! Da ist der von dieser dusseligen Plattform darunter gefallen. Ich glaube das nicht. Das ist doch nicht wahr. Ich war doch eben fast oben. Das ist nicht wahr. Komm, nochmal das Ganze. Das ist ja nicht wirklich lang. Das ist ja eigentlich halbwegs schnell machbar hier. Und ich weiß aber noch nicht, wozu wir eigentlich die Teile aktivieren. Oder, ach ne, dadurch, dass wir die aktivieren, glaube ich, diese bunten Kristalle, fällt die Scheiße von mir, ne? Ja. So ist das. Okay. Jetzt aber. Was geht noch weiter? Oh, danke, Checkpoint. So, Leute. Bei diesem Checkpoint machen wir jetzt einmal eine kleine Pause. Und im nächsten Part geht's dann weiter mit Crash Twinsenity. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Euer Alex sagt tschau. Bis zum nächsten Mal.